GAMEPLAYERIN SPIELT BIEPT GAMEPLAYERIN SPIELT 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 Ey, der läuft aber dämlich irgendwie. Ja, ich sag ja, ist das schlimm, dass ich rückwärts laufe? Nein, nein, du bist ja auch eckig. Ich bin ja rund. Achso, eigentlich kannst du... Hä, guck mal. Aua. Aua. Das kommt davon. Guck mal, ich kann viel schneller laufen als du. Ich komme aber nicht durch. Hä? Juh, ich kann Breakdance. Wuhu. Ich laufe rückwärts mit dem mit... Greifen. Wo ist ein Kreis bei mir? Ich habe gar keinen Kreis. Ich habe doch nur Buchstaben. Hä? Lebe dein... Achso. Wieso ist das unten breiter? Ich kann das gar nicht lesen. Hebe deine Beine an, um die Kugeln zu berühren. Und ziehe anschließend, um sie zu öffnen. Aber die ist doch schon offen. Toll. Ich darf heute ja mal nichts machen hier. Schön. Gut, wir gehen jetzt. Ab jetzt seid ihr auf euch alleine gestellt. Viel Glück. Wiedersehen. Oder ist das für uns beide das Geld? Das weiß ich jetzt nicht. Ja, ja, das ist für uns beide. Also das... Oder? Nee. Oder? Äh, kann man hier irgendwie spielen? Nee, nee, nee. Achso, nee. Okay. Nee, geh du mal. Geh du mal. Doch, das zählt für uns beide. Damit ich dann hier gelasert werde, oder wie? Nein, das zählt für uns beide. Ich wollte gerade mal gucken, ob das Geld für uns beide zählt. Aber es geht auf ein Symbol. Ich kann... Also du rennst mir davor. Lalalala. Aber wir kommen hier nicht vorbei, glaube ich. Hallo. Ich tanze, ich tanze, ich tanze. Hast du jetzt auch gecheckt, wie es geht, ja? Ja, aber das ist ja irgendwie komisch, ne? Seid gegrüßt, ihr Roboterbürger. Ich nehme an, ihr wisst schon, wie man geht. Naja, er hat es gerade erst erlernt, aber er hat es jetzt auch verstanden. Jetzt lasst uns gleiten. Ja, ich will gleiten. Gleiten, wie soll man denn gleiten? Wir können doch noch nicht mal fliegen. Wisst ihr ja noch, wie man gleitet? Nee. Ah, doch. Statt, dass du mir das sagst. Achso, steh doch unten. Drück ganz nach oben. Genau, nach oben drücken. Das gefällt mir, das ist gut. Gleiten ist gut. Tchaka. Hui. Ich stehe ein bisschen blöd, aber... Ja, unten. Das erinnert mich so ein bisschen an dieses eine, wo wir dann zu blöd waren, diesen Sprung zu machen, dieses... Ja, Shift hätten. Ja, genau. Das wir aber trotzdem nochmal probieren sollten. Aber ich weiß nicht, Kavi, wir werden... So, jetzt kann ich mich wieder beziehen. Das ist für dich hier. Mach du das. Kann ich aber nichts machen. Ja, da ich das mit dem Ziehen ja auch nicht probieren konnte. Oh, wir haben nur noch 17 Minuten. Schnell, komm mit. Ja, wir müssen die Sachen einsammeln. Mach du mal. Geld, 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 Geld. Hier, die Kisten aufmachen. Ähm, hochnehmen und festhalten. Ja, wie halte ich denn fest? Das Bein, das Bein und dann... Der will aber das Bein nicht da dran machen. Wieso macht der das nicht da dran? Ja, ich durfte ja eben nicht... Ja, ja. Ich durfte ja eben nicht testen. Und ich habe keine Ahnung, wo das jetzt geht. Der toucht immer nur so kurz da dran irgendwie. Ja, so... Ja, oben lassen. Ach, ich muss das... Och, jetzt... Ich muss gar keine Taste drücken. Ich muss einfach nur weiter greifen. Was erzählst du mir denn für ein Quatsch? Ich habe ja auch nicht gesagt, dass du eine Taste drücken sollst. Du da festhalten. Aber wieso komme ich hier die... Ich komme nicht da hoch. Versammelt euch um mich herum. Ich hänge. Boah, aber die Musik ist echt nervig. Also, ich würde mir wirklich wünschen, dass man die abstellen könnte. Hm, er hat uns die Abstimmung nicht gegeben. Ihr habt die Feinabstimmung abgeschlossen. Captain Napp hat sich eben gemeldet und euch grünes Licht gegeben. Geht zur Erde und reaktiviert alle Leuchtfeuer. Die Reisenden der Galaxie zählen darauf, dass ihr die Erde möglichst schnell wieder erleuchtet. Los, aus der Wilde. Warum redest du wie ein Roboter? Weil ich es kann. Oh Gott. Es ist auch... Ich kann mich nicht bewegen, Mann. Ich auch nicht. Du hast aber eine Aromenschaffe gekriegt, oder? Äh... Nö, ich glaube nicht. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Leuchtfeuer... Leuchtfeuer reaktiviert 0%. Was für ein Leuchtfeuer? Wir haben noch gar kein Leuchtfeuer gehabt. Ja, ich denke mal, das war das blaue Ding da, was wir nicht gemacht haben. 6 Minuten 30? Och, komm. Also, es lag jetzt alles nur daran, dass der Kerl nicht verstanden hat, wie man mit den Dingern Breakdance tanzt und läuft. Ich meine, so lange wie er gebraucht hat, da von A nach B zu kommen. Ja, und wir haben keine Harmonie. Was ist das denn? Ja. Das ist noch wenigstens traurig. Ja, weil du nicht mitgelaufen bist, wie so eine Bekloppte. Du hast ja so rumgetorkelt einfach. Ja, ich wollte tanzen mit dir und du bist einfach vorgerannt immer wieder. Du wolltest tanzen mit mir, ja, ja, ist klar. Ja, sicher. Ja, sicher.